Bonus, das hört sich gut an. Und wahrlich kann ein Bonus-Zertifikat ein interessantes Investment als Alternative zu Aktien etwa sein. Wie es funktioniert und wann Sie einen Bonus bekommen können, erkläre ich Ihnen jetzt. Licht an! Ein Bonus-Zertifikat ist ein börsengelistetes Wertpapier, ähnlich wie eine Aktie oder ein Fonds, das Sie börsentäglich kaufen und verkaufen können. Mit Bonus-Zertifikaten, die im Gegensatz zu Aktien eine feste Laufzeit haben, können Sie an der Kursentwicklung von beispielsweise Aktien und Indizes teilhaben. Zur Veranschaulichung nehmen wir einfach mal ein Bonus-Zertifikat auf die Licht an AG. Die Aktie der Licht an AG kostet 100 Euro und das Bonus-Zertifikat auf die Licht an AG zum Startzeitpunkt ebenso 100 Euro. Wie erwähnt, orientiert sich das Bonus-Zertifikat an der Kursentwicklung der Aktie. Allerdings können Sie als Besitzer des Bonus-Zertifikats einen Kursrückgang der Aktie bis zu einem bestimmten Niveau, man nennt es Barriere, verkraften. Also keinen Verlust erleiden. Angenommen, diese Barriere liegt bei 80 Euro. Sie erhalten nun am Laufzeitende des Bonus-Zertifikates einen bereits zu Beginn festgeschriebenen Bonusbetrag, in unserem Beispiel 125 Euro, ausbezahlt, solange die Aktie der Licht an AG während der Laufzeit niemals die 80 Euro berührt oder unterschreitet. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über den Bonusbetrag, sagen wir bei 150 Euro, so erhalten Sie gar diesen höheren Gegenwert der Aktie ausbezahlt. Wird diese Barriere einmal während der Laufzeit verletzt, also berührt oder unterschritten, so entfällt die Zahlung eines Bonus und das Zertifikat läuft 1 zu 1 zur Aktie. Mehr Informationen zu Bonus-Zertifikaten gibt es in unserer BNP Paribas Videoreihe Licht an Bonus-Zertifikate. Und wer es lieber nachlesen möchte, der schaut in unser Handbuch für Anleger unter bnp.de.